Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, der Death Metal der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Und damit herzlich willkommen zur Cinefeel-Ausgabe Nummer 236, glaube ich. Korrekt. Ah, guck mal, herrlich, herrlich, herrlich. Vom Death Metal möchte ich mich aber distanzieren. Versteht doch keine Sau. Ja, warum? Zu viel Geschrei? Ja, genau. Also deshalb verstehe ich nichts. Also grundsätzlich, bei Metal im Allgemeinen ist das für mich etwas schwierig. Ich bin ja schon was älter und meine Ohren sind schon, also zumindest mein Gehör ist nicht mehr das Beste. Du bist ein Mann des Textes, der ist Inhalt wichtig. Also so Rap, Musik, Sprechgesang und sowas. Nee, mir ist wichtig, dass ich was verstehe. Ja, das ist echt, daran liegt's? Unter anderem. Ja, kann ich verstehen, wenn man mit Death Metal nichts anfangen kann. Ich persönlich finde es halt sehr großartig. Falls meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist, wir waren gestern auf einem Death Metal-Konzert. Ah, hast du ordentlich gegrölt. Ja, habe ich auch ein bisschen mit gegrölt. Gegen gegrölt, versucht zu übertönen. Genau. Die großartigen Aborted waren zusammen mit Carnifex und Revocation und noch eine Band, die ich nicht kannte, Wächst als Vorband. In der Essigfabrik in Köln. Und da gab's ordentlich Geballer auf die Ohren. War ein richtig schöner Abend. Aborted einen Tag zuvor, neues Album rausgebracht. The Vault of Horrors. Kann ich ja nur empfehlen für Leute, der Ballermusik, den, also nicht Ballermann-Musik, sondern dem Todesgeballer. Vor allem, wenn man ein Horror-Fan ist, ne? Also das Artwork und so, das gehört ja immer dazu, ne? Also beim Death-Core und Grindcore und so ist halt das Artwork auch immer wichtig, wirklich schwerstens von Horrorfilmen beeinflusst. So auch hier. Und war schön, ne? Das Problem ist nur die Essigfabrik. Ich bin kein Fan. Von Essig? Von der Essigfabrik. Essig an sich, cool. Die ganze Fabrik nicht, weil der Laden ist erstens viel zu hell. Also ich find's so für Hardcore- und Metal-Konzerte ist das irgendwie nicht so zuträglich für die Atmosphäre. Sound ist schwierig, da muss ich sagen, dass Aborted wirklich den besten Sound seit langem von einer Band hatten, die ich da gesehen hab. Und das Bar-Personal, da muss ich mal sagen, also die haben irgendwie kaum Augenkontakt gepflegt. Die haben da rechts und links Leute von mir bedient und mich dann da stehen lassen wie so ein Depp. Du bist ja auch ein Ausländer. Fand ich sehr unfreundlich. Fast schon. Genau, ja, ja. Und dann, also das ist auf jeden Fall eine Ein-Sterne-Bewertung bei Google gerechtfertigt. Hast du gegeben? Ja, natürlich. Ja, und damit herzlich willkommen beim Musik-Podcast. Ja, ich kann auch mal musikalische Empfehlungen geben. Meine T-Shirts, die fallen ja einigen dann auf, also kommentieren Leute zumindest manchmal. Es hat noch nie jemand was über meine schönen T-Shirts gesagt. Das find ich so unfair. Ja, was soll ich sagen? Geschmacksfrage, ne? Ja, haben die Leute alle keinen Geschmack oder was? Kann sein. Kann doch nicht sein. Du hast schon ein paar sehr, sehr coole T-Shirts. Auf jeden Fall. Deshalb bin ich ja so verwundert. Vor allem der filmgerische Kontext ist ja auch immer das Schöne. Also bei dir wird tatsächlich in der Regel so ein Musik-T-Shirt gelobt. Und vielleicht mal ein Horror-Shirt. Ja, das Frankenhocker-Shirt kam, glaube ich, auch ganz gut an. Ja? Ja. Ich hab das ja mal angefangen, irgendwann so thematisch passend Shirts anzuziehen. Und dann hast du das irgendwann auch gemacht. Und dann hab ich das irgendwann sein lassen. Ich ziehe jetzt irgendwelche Bad-Shirts an. Also, weil du dachtest so von wegen, ach hier, von wegen Partner-Look und so. Das sieht nicht so cool aus. Ja, da ist kein Platz für uns beide da. Es kann nur einen geben. Und der bist du jetzt. Der Highlander. Genau. Aber wo Highlander? Wir haben ein High-Ranking gemacht. Kam bisher ganz gut an, glaube ich. War ein schönes Video. Und jetzt läuft gerade noch ein Ghostbusters. Ghostbusters-Special mit Kai Pinno. Großartig. Ja, auf jeden Fall. Riesiger Spaß. Wobei ich ja tatsächlich so ein bisschen mehr so der Lauscher bin. Ich lausche ja eurer Diskussion sogar fast schon eher seine Monolog. Ja. Aber der Kai ist halt so ein wandelndes Ghostbusters-Lexikon. Das passt schon. Deshalb haben wir ihn ja auch eingeladen. Genau. Und natürlich werden wir auch den neuen Frozen Empire besprechen. Das ist noch die Frage, ob im Podcast oder als Video-Review. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euch der Lieber ist. Und ich habe uns angemeldet für die Kong vs. Godzilla-PV. Stimmt. Den können wir auch noch sehen, zwei Tage vor Start. Wow. Das ist wieder mal super sinnvoll. Wird es aber nicht mehr in den nächsten Podcast schaffen, weil es einen Tag nach der Aufnahme ist. Aber wir waren trotzdem im Kino. Aktuell. Ich war auch bei einer Pressevorführung und habe mir einen Nonnenfilm angeguckt. Ach, das trifft dich ja perfekt. Und zumindest dein Geschmack. Ja, absolut. Bei Nonnenfilmen, ich habe nur gehört irgendwie, ja, ist ein Horrordrama im Kloster. Hauptrolle Sidney Sweeney. Auch ein bisschen erotik? Ja, ne, nicht so wirklich. Okay. Ne, das jetzt nicht. Und da war ich dann direkt dabei. Ich habe gedacht, ach cool, ziehe ich mir rein. Aber auch nichts erwartet. Ich kenne jetzt den Regisseur Michael Mohan auch nicht. Der hat irgendwie hier The Warriors gemacht. Kennt ihr nicht. Auch mit Sidney Sweeney, die ich vorher gar nicht so wirklich kannte. Also ich habe White Lotus nicht gesehen. Ich habe Madame Webber nicht gesehen. Aber ja, die scheint irgendwie gerade so aktuell am Start zu sein. Die ist in aller Munde. Ja. Achso, in Once Upon a Time in Hollywood habe ich sie natürlich gesehen. Aber ansonsten ist mir jetzt nie großartig aufgefallen. Die ist mir noch nicht mal in dem Film aufgefallen. In dem, den ich jetzt bespreche? Ne, Hollywood. Achso. Ja, spielt die einen von den Teenies, glaube ich. Die ist ja auch noch recht jung. Die ist ja gerade erst 26 oder so. Genau, die fängt ja jetzt erst gerade richtig an. Genau. Und sie hat sich hier für ein Horrordrama entschieden. Immaculate heißt der Film. Und spielt in Italien. Denn die Sidney Sweeney spielt die Cecilia, oder wie man in Italien sagt Cecilia, die aus den USA halt dahin kommt in ein Kloster. Weil irgendwie irgendwas war mit ihrem Kloster nicht in Ordnung oder so. Ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt die da hin, ja, in ein Kloster, in dem wir schon früh erfahren, dass da komische Sachen vor sich gehen. Und dem kommt sie dann so ein bisschen nach. Also es herrscht da eine besondere Strenge. Und da scheint irgendwo was im Busch zu sein, ja. Also da ist dann auch so ein Arzt. Und irgendwie kommt da auch, die sollen da nicht großartig raus. Also die haben alles vor Ort. Ein Arzt und dies, das. Und ja, man kommt sowohl nicht so einfach rein, als auch wieder raus. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie viel ich jetzt erzähle natürlich, aber... Nicht zu viel, bitte. Nicht zu viel, okay. Also es passieren merkwürdige Ereignisse. Und da sterben auch immer mal wieder so ein paar Nonnen. Ja, ein paar ihrer Schwestern. Und sie hat natürlich wie alle anderen Nonnen dort ein Keuschheitsgelübde abgelegt. Bitte? Was ist denn sowas? Wer kommt auf so eine Idee? Ja, wer weiß ich nicht, ne? Machen Leute, denen das nicht so wichtig ist. Sie dienen ja Gott. Und wollen dann der Fleischeslust dann eben nicht nachkommen. Trotzdem, obwohl sie keusch gelebt hat, wie sie mehrfach betont, nachdem sie da eindringlich befragt wird zu... Ist sie schwanger geworden? Wird sie schwanger. Krass. Das ist die hier unbefleckte Empfängnis oder so, ne? So sieht's aus. Und natürlich, oh, auf einmal ist sie da hier der neue Special-Star, ne? Und wird von allen da natürlich als was ganz Besonderes angesehen. Also das bringt ihr natürlich so den Neid einiger Mitschwestern entgegen, aber eben auch, ja, so eine Sonderstellung gegenüber da den... Ich weiß nicht, wie die Mönche und Priester und so da sind. Ist sie jetzt die heilige Hure? Die ist anscheinend jetzt hier die heilige Mutter Gottes. Oder das wird zumindest dann, ne? Also darauf soll's dann hinauslaufen. Und wir begleiten sie dann so über die Trimester ihrer Schwangerschaft. Also viel mehr erzähl ich jetzt zur Handlung nicht mehr, aber sie versucht trotzdem, irgendwann da auch rauszukommen. Ja. Ja, und die lassen sie noch nicht mal irgendwie ins Krankenhaus gehen. Also die überwachen da alles selbst. Und wir erfahren halt nach und nach, warum das denn der Fall ist. Okay. Und was da so dahinter steht. Und wer da hinter welchen Sachen steht. Hm. Ich hab nichts erwartet. Ich wusste nicht genau, worum's geht, ne? Guck mir das einfach an und denk, ja, Nonnenfilm, gut, ne? Also entweder es wird so beschissen wie The Nun oder es wird so cool wie School of the Holy Beast. Wie wär? Benedetta zum Beispiel auch. Cooler Vertreter auf jeden Fall. Des Nonnenfilms, würd ich mal sagen. Hm. Und dann fängt der halt so an mit so einer Öffnungsszene, die ist schon mal ganz ordentlich, also so typisch Horrormäßig, ne? Da versucht halt jemand zu fliehen aus dem Kloster und da gibt's dann eine brutale Szene und so weiter. Das ist dann erstmal so der Prolog. Dann begleiten wir sie, aber es bleibt alles so ein bisschen an der Oberfläche, ne? Wir erfahren gar nicht so viel über sie. Also die Figur bekommt gar nicht so viel Fleisch. Aber es stört jetzt auch nicht so, weil es ja dann, ne, tatsächlich um was anderes geht. Und dann kommen hin und wieder, weil sie schleicht dann da so durch das Kloster und entdeckt da so Sachen, immer mit so einem Kerzenschein. Das ist schon so auf Grusel, Horror so ein bisschen gemacht. Und dann kommen da ein paar aus meiner Sicht sehr unnötige Schockmomente rein. So Jumpscares, die dann einfach so, also auch so typisch, ne? Weil sie guckt, da ist nichts, genau, dreht sich um und dann steht da jemand und so. Und dann hab ich auch gedacht, ja komm, also, ach Leute, das müsst ihr mir doch jetzt alles hier nicht nochmal erzählen und so. Aber, muss ich sagen, Set und Location, die sprechen auch alle Italienisch. Also hauptsächlich, das ist total cool, Untertitel. Das macht's nochmal irgendwie authentisch. Aber sind das denn auch viele italienische Schauspieler, ne, oder? Einige schon. Wir haben auch einen Spanier dabei. Das ist der Alvaro Morte. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus Haus des Geldes. Okay. Und ansonsten sind da auch italienische Schauspieler dabei, ja. Okay, gut. Also dann ist sie wahrscheinlich sogar einer der wenigen, deren Muttersprache haltig italienisch ist. Genau, ne? Also das soll auch so sein, ne? Es ist ja dieses Fish-out-of-Water-Prinzip, ne? Ja, okay. Sie kommt da von außen dann dahin und so weiter. Aber nach so 20, 30 Minuten wird der Film richtig cool. Aha. Dann nimmt er so ein bisschen Fahrt auf und dann hat er mich auf einmal wirklich an so 70er-Jahre-Filme erinnert. Das heißt, für Genre-Fans, die das halt cool finden, wie soll ich sagen, ne? Das ist jetzt kein High-Concept-Film oder so, ne? Das ist auch kein Arthouse und so. Das ist halt, der wird irgendwann schon so ein kleiner, ranziger Horror-Film, weil der ein paar ordentliche Gewaltspitzen zu bieten hat, bei denen die Kamera nichts scheu ist und einfach knallhart drauf hält. Da springt eine Nonne vom Dach zum Beispiel, ne? Und wir sehen dann die am Boden, da wird die umgedreht. Dann ist das Gesicht, ist halt komplett zerfetzt und sowas, ja? Wir sehen ein paar richtig blutige Szenen und da wird drauf gehalten und es gibt eine Folter-Szene, die hat sehr an, äh, hier... Ach, scheiße, wie heißt der denn noch mal? Mark of Death? Heißt der noch mal? Mark of the Devil? Ja, wie heißt der denn noch auf Deutsch noch mal? Hexen... Ah, bis aufs Blut gequält. Genau. Genau, Hexen bis aufs Blut gequält wird hier eindeutig referenziert. Ein Film aus den 70er-Jahren halt, ne? Ein deutscher Film. Genau. Und das macht dann Spaß, weil der Film ist dann echt cool. Der wird dann zu einem ordentlich blutigen Horror-Psycho, würde ich sagen. Horror-Psycho-Film. Ja, cool. Und das macht Spaß. Und Sydney Sweeney ist sich da auch wirklich für nix zu schade, so. Die spielt da mit vollem Körpereinsatz und ist wirklich ein cooles Final Girl, wenn man so möchte, wenn man so betiteln möchte. Und funktioniert. Ich war überrascht. Also das ist für mich so die erste Überraschung des Jahres, sag ich mal. Weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und das ist so von den Horror-Filmen, die ich so in den letzten paar Monaten im Kino gesehen habe, das ist auf jeden Fall der beste. Okay. Das ist eben nicht The Nun. Ja. Er erinnert wirklich an, aus meiner Sicht, aber da muss man sagen, das ist wirklich dann schon spezifisch. Ich habe auch ein bisschen ein Problem, jetzt den so hoch zu hängen. Also der ist echt cool. Ja. Aber wenn ich dir das jetzt sage, gehst du an diesen Film wieder mit super Erwartungen ran und denkst, das ist jetzt der neue Exorzist und denkst, das muss jetzt der beste Film der Welt sein und dir wird dir dann nicht gefallen. Ja. Das ist dann so ein bisschen schade. Aber der ist halt cool, also wenn man auf 70er Jahre Sachen steht. Was du ja tust. Ja, auf jeden Fall. Und so ein bisschen, wie gesagt, das ist ein kleiner Film, das ist irgendwie so ein bisschen ranzig und die Thematik ist halt cool. Und er ist einfach ein harter Horror-Film, also mit ordentlichen Gewaltszenen drin. Also wenn Imaginary ein FSK 16 hat, dann weiß ich aber, was der hier auf jeden Fall verdient hätte. Ach echt? Auf jeden Fall verdient er von euch und von dir einen Kinobesuch ab dem 4. April in den Kinos, wenn er dann hoffentlich in einigen läuft, denn das ist schon so der coolste Genrebeitrag, der zu dem Zeitpunkt dann laufen wird, denk ich mal. Ja, geil. Wie gesagt, Godzilla haben wir natürlich noch nicht gesehen, aber da erwarte ich mir auch eher so ein bisschen ... Trash. Cartoon-eske, ja, Videospiel-Action. Ja, da braucht man auf jeden Fall das ein oder andere Kaltgetränk, einen Freund, der einen dabei begleitet, dann wird das schon ein großer Spaß, glaube ich. Sollen wir angetrunken in die PV gehen, die morgens um 10 stattfindet. Ach, stimmt. Ja, ja, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass wir den ja morgens gucken. Ja, ja, wir schon, aber vielleicht für alle anderen. Aber ja, Immaculate, so die erste Überraschung oder auf jeden Fall eine Überraschung. Riskiert da mal einen Blick? Hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich eher damit gerechnet, jetzt geht das so in Richtung moderner Horrorquatsch, ist aber wirklich eher so ein Retro-Film, wie gesagt, was er da für Filme referenziert. Alles schon mal irgendwie ähnlich gesehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass man heutzutage noch so einen Film macht. Sehr cool. Das freut mich doch. Ich würde mich auch freuen, wenn ich so weitermachen könnte. Ich würde jetzt eigentlich fast sagen, aber das ist jetzt leider nichtig, weil ich tatsächlich dachte, dass das auch von ihr, also von der Sydney Sweeney hier so ein bisschen verführerisch vielleicht angelegt ist, diese Rolle. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass sie durch Geschichten wie, wo die Lüge hinfällt, hieß der, meine ich, dadurch, dass sie dann in romantischen Komödien, in Rom-Koms und so, er mitspielt, weil die Dame ja auch den einen oder anderen Reiz hat, dass sie so in dieses Schema passt, eine verführerische Frau. Sie wird für ihre Oberweite gefeiert und vor allem für ihre Dekolletes, wenn sie welche trägt, auf dem roten Teppich. Genau. Das kann man schon so sagen. Und hier sieht man auch, sie ist halt schwanger und dann ist sie halt mit diesem weißen Kleidung da, Kutte, wenn man so möchte, liegt sie in einem Bad und das sieht man von oben. Es sieht halt sehr ästhetisch aus. Okay. Also man sieht da schon was und also die ist auch hier und da nackt, aber zeigt jetzt auch nicht alles. Aber es sind keine Erotik-Szenen, es sind keine verführerischen Szenen. Okay. Also ich wollte damit nur quasi überleiten, weil ich gehe jetzt zu der nächsten verführerischen Frau in dem Sinne, weil die Figur so angelegt ist. Die Rede ist von Jenna Ortega in Millers Girl. Da ist natürlich so direkt schon das erste Nicht-Problem, das kann ich später gerne erörtern, aber das erste ist natürlich hier, wir haben ein Girl. Das steht auch schon im Titel. Das heißt, hier wird die Geschichte eines Mädels in dem Sinne erzählt. Also letztlich ist das eine Coming-of-Age-Geschichte, die in Millers Girl erzählt wird, in der wir hier die Figur von Jenna Ortega begleiten, die gerne Schriftstellerin werden würde und hierzu tatsächlich von einem Dozenten auch unter ihre Fittiche genommen wird. Der wird von Martin Freeman gespielt, der natürlich auch schon etwas älter ist. Also die Jenna Ortega ist, meine ich, über 18. Ja, ist Anfang 20, ja. Okay, hier soll sie auf jeden Fall eine 18-Jährige spielen. Also wenn man das aus deutscher Sicht sieht, ist sie volljährig. Wenn man das aus amerikanischer Sicht sieht, da ist es ja eher so die 21, bei der man dann sagt, dass dann halt schon eine Frau ist, weiß ich, wie es gesetzlich ist, aber sie spielt auf jeden Fall eine Figur, die eher Richtung Mädchen geht. Also eine, die auf dem Weg ist, eine Frau zu werden. Und so macht es dann eine Romanze in dem Sinne, die hier so ein wenig aufkeimt, dann auch etwas unangenehm, sagen wir es mal so. Also es geht halt in die Lolita-Richtung, nur dass halt das Mädchen schon etwas älter ist. Aber wir wissen alle, Jenna Ortega hat einen relativ zierlichen Körper, deshalb kann man ihr die 18 auf jeden Fall auch abkaufen. Sie sieht noch verdammt, gut, ich meine, sie ist ja auch jung, aber sie könnte auf jeden Fall auch jüngere Frauen, Mädchen, was auch immer, halt spielen. Ja, aber er nimmt ja die 18 noch ab, so Martin Freeman ist über 50, sie ist unter 20, so das kann man sagen. Genau, ja, aber er nimmt sie halt, wie gesagt, unter seine Fittiche und challenged sie auch und versucht sie halt zu einer guten Schriftstrahlung zu machen. Wir haben jetzt hier das Lehrer-Schüler-Prinzip begleitet, wird die von Jenna Ortega gespielte Figur von einer Freundin, beste Freundin. Und Martin Freemans Figur wird von seiner boshaften, allseits betrunkenen Frau begleitet, die sich tatsächlich für mich im ganzen Film so ein bisschen als eines der wenigen Lichtblicke und vielleicht sogar Highlights herausstellen durfte. Die wird hier gespielt von Dagmar Dominczyk. Dagmar Dominczyk. Ja, das ist tatsächlich die einzige Figur, mit der ich hier irgendwie auch mal sympathieren konnte. beziehungsweise das ist diejenige, die hier so ein bisschen Wasser oder Öl, nee, Öl ins Feuer schüttet, weil sie dieses ganze Spiel zwischen dem 50-jährigen Lehrer und seiner 18-jährigen Schülerin nicht nur mitmacht, sondern sich auch noch daran aufgeilt und lustig macht und ihren Mann dann auch in die eine oder andere unangenehme Situation bringt. Es ist, ich würde sagen, letztlich ein, ja, weiß ich nicht, es ist keine Komödie, auch wenn er hier und da halt, wie gesagt, witzig sein kann, besonders durch die angetrunkene Frau halt, die ihr Mann halt auch, wo es geht, halt den Spiegel vorsetzt, was aber auch ganz gut ist, weil er halt ein wenig geblendet ist. Er redet sich das immer wieder relativ schön, dass es halt eigentlich nur eine professionelle Beziehung ist, also die einer gesunden Lehrer-Schüler-Beziehung und redet sich quasi ein, dass das alles von ihr ausgeht, dass sie sich da was in den Kopf gesetzt hat, weil er selber halt auch Schriftsteller oder zumindest schriftstellerisch unterwegs war, schon lange nichts mehr geschrieben hat und dadurch dann vielleicht auch wieder so ein bisschen ins Game, sag ich mal, reinkommt, weil er in ihr einen jungen Protégé sieht, der sie selbst dann auch letztlich inspirieren kann. Und so haben wir es dann auch häufig und das ist dann vielleicht so vom Inszenatorischen her das, was ich hier zumindest positiv vorausziehen kann, dass wir teilhaben an dem, was geschrieben wird, vornehmlich natürlich von ihr, weil sie natürlich ja dann auch Hausaufgaben kriegt und Geschichten schreiben darf, die werden dann natürlich auch von ihm beauftragt. Er gibt dann auch vor, in welche Richtung das gehen soll, beziehungsweise Thematik welcher Schriftsteller oder Schriftstellerin halt da am geeignetsten ist, um ihren Stil, sag ich mal, voranzutreiben, nur um dann letztlich so einen erotischen Schundroman zu schreiben. Der dann aber verbildlicht wird. Also das heißt, wir sehen halt letztlich häufig das, was sie schreibt und haben dann auch manchmal so ein bisschen die Aufgabe zwischen der Fiktion, also die, die sie halt schreibt, also letztlich auch alles, was sozusagen in ihrem Kopf abgeht, weil sie halt auch letztlich Gefühle für ihn entwickelt, und der Realität, also was dann wirklich die Interaktion zwischen ihr und dem Lehrer halt ist, da zu unterscheiden. Fällt einem jetzt nicht besonders schwer, aber ich fand es zumindest ganz cool, dass sie diese beiden Ebenen dann halt auch parallel erzählen. Ansonsten muss ich sagen, fand ich das einen ziemlich langweiligen Film um das Erwachsenwerden einer Frau. Ich habe keine Ahnung, wer hier die Zielgruppe ist. Es ist letztlich auch die Sprache, die mich so ein bisschen abgeschreckt hat, weil hier auch relativ viel in, ja nicht in Versen, aber so in Posa-Form geredet wird. Das wirkt dann manchmal altbacken, aber letztlich vor allem auch affektiert und albern. Es ist für mich irgendwie schwer, da irgendwas zu finden, abgesehen von der Frau, die ich gerne immer wieder betone, die halt cool diese Dynamik dann halt auch versucht zu durchbrechen, weil sie natürlich auch indirekt, das ist jetzt etwas unromantisch formuliert, aber einen Vertrag mit ihrem Mann abgeschlossen hat. Aber ansonsten fand ich den sehr austauschbar und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mir den Film angeschaut habe. Wahrscheinlich nur, um irgendwas Aktuelles zu sehen, beziehungsweise irgendwas Aktuelles hier mit reinzubringen. Schade, dass sie da auch so Themen wie Übergriffigkeit, okay, sie machen eine Sache, machen sie tatsächlich richtig, sie formulieren die eine oder andere Grenze in der Lehrerschülerbeziehung. Das wird aber auch nur einmal kurz formuliert und dann ist auch wieder durch. Dann hat es wieder keine Relevanz, wenn es darum geht, das Ganze etwas reflektiert hier zu schildern. Ja, weiß nicht, vielleicht kann damit die eine oder andere, obwohl der hat eine FSK 16 und da schleichen sich gerade auch ein paar junge Paare, also schleichen sich nicht rein, aber das ist, glaube ich, eher ein gefragter Film für jüngere Paare, selbst wenn die halt unter 16 sind. Das ist so ein Date-Movie, ja, zum Film machen. Ich denke, also ich habe zumindest jetzt am Wochenende gesehen, dass da junge Paare ganz gerne reingehen. Wahrscheinlich, weil da Jenna Ortega mitspielt, ne? Die ist doch so angesagt bei den Kids, oder nicht? Ja, aber vielleicht auch, weil die FSK und die Thematik halt reizt. Dieses jungen Alt, sie verführt ihn und man guckt halt, wie lange, ob er dem widerstehen kann und was das für Konsequenzen haben wird. Ja, ist eigentlich genau dein Thema. Du bist ja gerne verführt. Ja. Von Jüngeren. Und deswegen wäre das eigentlich doch genau deinen Nerv treffen müssen. Ja, hat es aber nicht. Ah, schade. Ja, sehr schade. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt auch nicht groß was davon erwartet. Martin Freeman sehe ich immer sehr gerne, aber auch hier hat er mir eher leid getan, also aufgrund der Anlage dieser Figur. Ich habe den auch schon lange nicht mehr in was Coolem gesehen, muss ich sagen. Ja, ja, schwierig. Also, Sherlock war für mich so das, was in... Ja, und wie lange ist das her? Ja, ja, genau. Ja, zehn, ja. Ja, letzte Staffel, auf jeden Fall schon einige Jahre her. Die war auch schon nicht mehr so gut, leider. Ja, aber da kann gerne nochmal was nachkommen, weil der Clumberbatch ist ja irgendwie auch gefühlt raus aus dem Game. Also auch schon lange nichts. Stimmt, eine Zeit lang war der halt überall dabei. Ja, ja, genau. Hat in jedem zweiten Film mitgespielt. Und jetzt hat er auch mal Zeit zum Geld ausgeben. Das ist doch schön. Das ist halt nur die Frage, wofür. Ja, aber gut, ne? Also, wie gesagt, ich bin nicht ansatzweise die Zielgruppe. Ich denke mal, dass der junge Menschen, da es halt, wie gesagt, um das Erwachsenen, Erwachsenwerden auch so ein bisschen geht, in Anführungsstrichen Unschuld verlieren und so, denke ich mal, ist das da eher die Zielgruppe. Wobei das mit der FSK 16 natürlich dann ein bisschen schwierig ist. Aber gut, kann man sich ja zu Hause auch anschauen. Unter Aufsicht. Genau, wir haben uns auch was zu Hause angeguckt. Wir zwei beiden, denn wir waren, das war nach der Pressevorführung von Imaginary, den wir im letzten Podcast besprochen haben. Korrekt. Waren wir im Saturn. Also keine Werbung jetzt für Saturn, aber wir freuen uns natürlich, wenn man noch in der freien Wildbahn irgendwie noch Anlaufstellen hat, an denen man physische Medien kaufen kann. Und dann auch noch zu den Preisen. Zum Beispiel, manchmal kann man da einen Schnapper machen. Also wir gucken dann natürlich durch die Filmabteilung. Ich war dann natürlich auch bei CDs und Schallplatten und sowas. Und da ist dir was aufgefallen, da gab es ein Angebot und zwar What Happened to Monday aus dem Jahr 2017 von Regisseur Tommy Virkola, von dem ich jetzt alle Filme gesehen habe, in denen er Regie geführt hat. Das war nämlich tatsächlich der letzte, den ich noch nicht kannte. Also der Titel war mir ein Begriff. Und du hattest ihn auch noch nicht gesehen. Und dann gab es den im Steelbook für einen Fünfer. Ja. Und dann haben wir gedacht, komm, fünf Euro. Können wir nicht widerstehen. Ja. Nehmen wir ihn auf jeden Fall mit im kleinen schicken Steelbook. Warum denn nicht? Er hat auch so eine C-Card drum gehabt, die dann natürlich schön so eine kleine Beule versteckt hat, und die man nicht erahnen konnte vorher. Ja, aber halt so ein Mini. Also es ist schwierig mit Steelbooks. Naja. Es ist ein Steelcase, sorry. Steelcase. Was ist der Unterschied? Der Spine. Also das Steelbook hat tatsächlich, ja, Spine, der quasi draufgepackt ist. Ah, ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Ja. Okay. Dann Steelcase. Die sind auch ein bisschen, wie ich finde, minderwertiger. Ja, ja. War ein bisschen ärgerlich, so kleine Beule und Dings. Und naja, gut, für fünf Euro wollen wir jetzt nicht zu laut jammern. Wichtiger ist ja der Inhalt, der Film. Ja, und das ist so eine Dystopie. Also es spielt in einer Zukunft. Ich weiß gar nicht mehr, wann wird das gesagt. 70, 2070, 2073, sowas in der Richtung. Okay, genau. Es fängt 2043 an und ist dann im Jahre 2073. So, genau. Genau, und zu dieser Zeit, also in einer nicht allzu entfernten Zukunft, ist es so, dass die Welt überbevölkert ist. Als ob sie das nicht jetzt schon wäre. Nö, ist sie nicht. Naja. Es sind Teile. Es ist genug Geld für die Menschen, die auf diesem Planeten leben, da. Genau, es ist die Umverteilung ist halt das, was das Problem ist. Das ist das Problem, nach wie vor. Das ist einfach ein Fakt, dass jetzt ohne irgendwelche politischen Hintergründe, das ist einfach so. In dem Film ist es dann so, dass die Glenn Close dann zu einer One-Child-Policy aufruft, also eine Ein-Kind-Politik. China lässt grüßen. Genau, die haben das ja schon vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, ist das immer noch da? Ich bin mir gar nicht sicher. Das gab es auf jeden Fall mal eine Zeit lang da, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das immer noch existent ist. Schreibt es jetzt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und das bedeutet, also Familien dürfen nicht mehr als ein Kind haben, was natürlich problematisch ist und dazu führt, denn wir haben so einen Polizeistaat, ne? Ein faschistisches System, Überwachungsstaat und so weiter, ja? Und das heißt, wenn rauskommt, dass da irgendwie dann doch ein zweites Kind ist oder so, dann, ja, wird das halt abgeführt von dieser Stasi, was auch immer, von dem KGB, von der Polizei, ja? Und wird dann eingefroren, so sagt diese Firma oder der Staat zumindest, um in irgendeinem Cryo-Sleep oder sowas, um später dann, falls sich die Situation mal irgendwann wieder entspannt, dann hier aufgetaut zu werden und dann weiterleben zu können. Das ist so das, was dahinter steht. Dennoch möchten natürlich die Eltern ihre Kinder ungern abgeben, was natürlich besonders problematisch ist, wenn es mehr Geburten gibt. Also alles ab Zwillinge aufwärts. Und dann tritt der seltene, aber durchaus realistische Fall ein, dass eine Frau Siebenlinge gebiert. Alter Schwede. Ja, aber in den meisten Fällen, also es kommt sehr selten vor, aber es ist schon mal vorgekommen, also jetzt im echten Leben, in der Realität. Meistens sterben dann aber auch die Mütter. Und so ist es hier auch. Und diese Siebenlinge werden von Willem Dafoe aufgezogen und natürlich versteckt. Der hat seine Wohnung, also der Großvater hat dann da die Wohnung umgebaut und trimmt die dann alle, diese Siebenlinge, dass die sich halt schnell verstecken können und dass es nur so aussieht, als wenn es nur eine gibt und so weiter. Und er schafft dann so ein alter Ego, eine Person, der Namen ich vergessen habe, Samantha Irgendwat. Die hieß da, achso, nee, die hieß nicht wie die Mutter, ne? Ach, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Diese Siebenlinge spielen halt eine Person und die sind nach den sieben Wochentagen sind diese Kinder benannt. Also Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday und so weiter. Und die gehen irgendwann, wenn die halt im schulpflichtigen Alter sind, quasi verlassen die dann auch mal das Haus. Und zwar jede immer nur an ihrem einen Wochentag. Und dort spielen sie diese eine Person, damit keiner Verdacht schöpft. Also das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Die Prämisse ist halt ein bisschen schwierig. Die haben aber alle, wenn die privat in dieser Wohnung sind, später dann auch als erwachsene Frau, gespielt von Nomi Rapace, wie auch immer, haben die auch eigene Persönlichkeiten. Wir haben die Nerd, ja, ja, das sind die Nerd, Nerdin. Wir haben die Partymaus, wir haben die sportliche, Tomboy-mäßig. Die Introvertierte. Genau, und so solche Sachen halt. Und dann auch alles schön, ne? Unterschiedlicher Style und Haarfrisur, Haarfarbe und das, was alles den Menschen vielleicht ausmachen könnte. Genau, das, was einen individuell nach außen hin zumindest macht. Aber wenn die das Haus verlassen, dann schminken die sich halt immer gleich wie diese Personen halt, die sie da verkörpern. Karen Setman. Äh, genau, ja. Und die arbeitet in einer Bank. Und die tauschen sich dann halt, das ist auch so ein bisschen so dieses Sci-Fi-Element, was da reinkommt. Der Opa hat denen dann halt, also William Davor hat denen so Sachen gebaut, mit denen die halt dann immer aufnehmen können, weil die müssen sich dann immer natürlich, wenn die eine wiederkommt, briefen, was ist an dem Tag passiert, damit die alle immer die gleichen Infos haben und so weiter und so fort. Genau. Das wird dann da auch ausführlich erklärt und sehen wir halt, wie das dann alles so abläuft. Es ist alles so ein bisschen unglaubwürdig, aber gut, das ist ja so ein Sci-Fi-Film. Nimmt man das mal mit. Und eines Tages kommt, deswegen der Titel auch What Happened to Monday, kommt Monday nicht mehr von der Arbeit wieder. Jetzt tritt der größte anzunehmende Unfall quasi ein, der GAU. Ja, was passiert denn jetzt? Also erst mal, was ist mit ihr passiert? Wo ist die? Was ist da los? Und was machen die anderen jetzt? Und zwar so, dass es nicht auffällt, dass da draußen jetzt zwei rumlaufen oder noch mehr. Und viel mehr erzählen wir, glaube ich, nicht. Weil dann geht der Film quasi erst richtig los, denn dann, ja, kommt man so langsam dahinter, was denn mit ihr passiert ist. Das ist jetzt auch nicht so abwegig, da kann man ziemlich schnell drauf kommen. Sogar von dem, was du bis jetzt gesagt hast. Ja? Theoretisch, ja. Ja, also wenn man genau zuhört und wenn man sich genau in diesen Science-Fiction-Dystopien ein bisschen versiert ist. Es ist nicht die größte Überraschung, nee. Aber es geht ja dann darum, was dann passiert. Ja, genau. Also man kann ja schon sagen, dass es dann irgendwie auch zu einer Konfrontation kommt mit dieser Firma von Glenn Close und so weiter. Und dann wird der Film auf jeden Fall irgendwann auch zu einem Actionfilm. Aber sowas von ... Dann gibt es knallharte Actionsequenzen. Es ist so, Regisseur Tommy Virkula hat das ja in Szene gesetzt, das haben wir ja schon gesagt. Und ich mag den. Ich finde, er hat ziemlich viele coole Filme gemacht. Also angefangen natürlich mit Dead Snow. Das ist ja damals so ein Überraschungshit. Vor allem Dead Snow 2 ist halt mega geil. Der toppt das alles noch. Er hatte einen kurzen Ausflug nach Hollywood gehabt. Das war so Hänsel und Gretel. Hatte sehr schlechte Erfahrungen. Hat danach dann Dead Snow 2 gemacht. Dann nochmal hier What Happened to Monday. Da habe ich wirklich nur die Regie übernommen. Ich finde aber das besonders, seine letzten beiden Filme hier, Violent Night und The Trip, die fand ich wieder richtig geil. Gut, stark. Stark, stark Film. Im Vergleich. Ja, genau. Und jetzt endlich mal hier What Happened to Monday gesehen. Jetzt habe ich genug davon erzählt, was da passiert. Wie ist dein Eindruck? Also zunächst einmal muss ich kurz einhaken. Diese eine Identität von den sieben Personen, das finde ich schon in gewisser Form glaubhaft, weil sie es zumindest vom Drehbuch her so schreiben, dass sie grundsätzlich versucht, keine wirkliche Beziehung zu pflegen. Das heißt, sie würde ja tatsächlich auffallen, wenn sie intime Beziehungen beispielsweise eingehen würde. Oder wenn sie große Freundschaften pflegen würde. Dann würde man natürlich merken, so von wegen, ach, heute bist du ja wie ein anderer Mensch. Ja, aber genau. Aber das ist ja genau das, was dann auch unglaubwürdig macht. Aber ich meine einfach generell, diese ganzen Sachen, also das wirklich in einer Wohnung, wie sind die da hingekommen? Wie kann das nicht auffallen, dass da sieben Mädchen sind? Wie kann ein Mann alleine das schaffen? Plus diese ganzen, er ist ja so ein bisschen wie Meistersplinter, mit den Turtles. Er gibt denen so die Fähigkeiten an die Hand und baut denen aber dann auch noch irgendwie so M-mäßig. Nee, nicht M. Q. Q meine ich. Ich schmeiße alles zusammen gerade. So Q-mäßig dann auch noch so irgendwelche Gadgets und so und hochelektronische Werkzeuge. Naja, also. Ja, aber das ist William Dafoe. Ja, dem glaubt man das tatsächlich. Ja. Dem kann man das dann auch noch zutrauen. Und vor allem, man kauft ihm vor allem auch den Vater ab. Obwohl er ja nicht der Vater ist. Ah ja, nee, sorry, stimmt. Der ist der Onkel. Genau, ja, richtig. Großvater. Ja. Die Geschichte mit dem Finger. Weil die Sache ist ja, wenn einem den Mädels irgendwas passiert oder auch einer Frau was passiert, der älteren Frau, muss das sozusagen weitergehen. Also wenn sie rein theoretisch einen Arm verlieren würde, dann müsste man dafür sorgen, dass alle anderen auch einen Arm weniger haben, damit sie noch halt als eine Person durchgehen können. Das versucht der Film uns zu verkaufen. Ich finde, nur weil da einer durch einen ganz bescheuerten Unfall den Finger verliert, warum müssen alle anderen einen Finger verlieren? Warum kann nicht eine so einen Plastikfinger drauf bekommen und die anderen machen auch sich so eine Plastikhülle drum? Weil... Ist das kein Ding? Kann man da... Es ist technisch so viel möglich in dieser Zukunft. Ja, okay. Wir sind in der Zukunft, das stimmt. Ja, und was der da in seinem kleinen stillen Kämmerlein da alles für die zusammen... Nur mit Löten, ne? Also er lötet ja nur so ein bisschen und was er da für die dann zusammenprogrammiert und so, das ist ja kompletter Sci-Fi-Shit. Ja, aber es ist eine Belehrung und die muss schmerzhaft sein, damit sie indoktriniert wird. Das verstehe ich aus dem Drehbuch-Aspekt. Ja. Aber es ist halt nur da drin, weil das Drehbuch uns das so zeigen will. Und das hat innerhalb dieser Welt, ist es unsinnig. Also mir ging es ja mehr darum, dass ich die Szene an sich cool fand. Ja, okay. Aber sie ergibt wenig Sinn in dem Kontext. Und das ist leider nicht die einzige Szene. Nö, das... Ich finde auch, der Film insgesamt, der schert sich auch nicht so wirklich um Logik und das Drehbuch ist eigentlich auch Pseudo. Was auch immer. Also weil, ich meine, das ist auch letztlich nicht das, was er hier irgendwie verfolgt. Also ich habe mich echt ein bisschen schwer mit dem Film getan. Ja, ich mich auch. Ich finde den echt schwach. Ja. Die Sache ist halt, ich finde die Naomi Rapace finde ich okay in den sieben Rollen. Also man kann das schon, man kann die sieben Personen schon unterscheiden. Viel wird jetzt nicht rausgeholt, weil wie gesagt, dieses Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen, das ist halt nicht so ihr Ding. Also wir haben letztlich zwei Personen, zu denen hier eine Beziehung aufgeburte von einer der Mondays, Tuesday oder was auch immer. Das ist einmal ein Arbeitskollege und einmal ein Wärter, also einer von dieser Firma, der irgendeinen Job da unten auf der Straße macht und den sie halt regelmäßig passiert. Das sind die einzigen Beziehungen. Das sind auch die Beziehungen, die sie in Gefahr bringen. Das sind letztlich auch die Beziehungen, über die sie dann aber auch eventuell Hilfe, sag ich mal, erreicht. Aber das ist das Einzige, wirklich was inhaltlich halbwegs da ist und das ist halt auch schon zu wenig. Ja, es ist halt diese ganz oberflächliche Kritik natürlich an so Polizeistaaten, Überwachungsstaaten und so weiter, aber das ist ja von vornherein einfach alles klar und das ist alles andere als subtil, will der Film auch gar nicht sein. Ich habe das Problem mit dem Film, dass da einige Plotholes drin sind. Und ich finde das genau mit dem Finger ist halt, da fing es schon an, da habe ich schon gedacht, ah Leute, also das ist jetzt, das ist schon sehr ungelenk, das ist schwach, da hätte man sich vielleicht was Besseres einfallen lassen können und es geht dann nahtlos weiter. Also wenn die Action einsetzt und das ist das, was ich dem Film zugute halte, sind die Actionsequenzen. Das kann Tommy Virkula halt. Also da habe ich mich dann so ein bisschen an Death's Note 2 erinnert, natürlich nicht vom Splattergrad, aber so von der Choreografie oder auch Violent Night und so. Ich finde, das sieht alles cool aus, das ist gut gemacht, das sind coole Stunts und so, da ist viel Handgemachtes dabei. Da bin ich an Bord, aber dann, was der Film dann noch so rausholt oder, weiß nicht, Wendungen, mit denen er uns versucht zu überraschen, das ist dann leider sehr schwachbrüstig, finde ich. Und der geht über zwei Stunden und die hält er halt nicht. Also der hält die Spannung nicht über zwei Stunden. Das ist leider sehr schade, weil die Beteiligten an sich machen nichts falsch, es liegt wirklich an der Geschichte. Das Drehbuch ist halt echt schwach. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte keine großen, ja nicht Sympathien, aber ich habe mit den Figuren nicht viel anfangen können, vor allem mit den sieben Mondays. Also hier lebt, dadurch, dass halt auch ordentlich rumgeballert wird, wird eventuell die eine oder andere Figur auch nicht das Ende des Films erleben. Und ich muss sagen, das Ablegen, keiner dieser Figuren hat mir irgendetwas gegeben, also hat mich in irgendeiner Weise berührt. Dafür sind es halt so viele Figuren, das ist halt das Problem. Also wir können gar nicht zu einer von denen wirklich eine Beziehung aufbauen. Genau. Wir bauen eher zu Willem Dafoe eine Beziehung auf. Richtig. Die anderen bekommen wir halt immer nur so ein bisschen mit. Ja, genau. So wie alle anderen Menschen in der Realität halt bei denen da ja auch dann. Genau, das ist das Ironische. Es hat mich dann wirklich auch nicht geschert. Also weniger als der Film es mir vermitteln wollte, ich muss jetzt total traurig sein, weil die eine oder andere Figur jetzt ableben muss und nein, du fließt jetzt, ich bleib hier. Und ich denk so, ja, okay. Dann so, warum nicht? Das ist echt sehr schade. Da war mehr drin. Definitiv. Was ich hier wieder festgestellt habe, ist, dass die Glenn Close eine richtig gute Antagonistin abgeben kann. Wie fies die hier aussieht, wie fies die guckt. Manchmal habe ich das Gefühl, die ist ein Alien. Also vor allem, wie die mit ihren Reptilienaugen einen so ins Visier nimmt. Gruselig. Ich finde die Frau, also die Schauspielerin finde ich großartig. Auch in solchen kleinen Rollen, weil ich meine, letztlich nimmt sie jetzt nicht so viel ein. Das ist natürlich schon eher die Rapake, die hier die Screentime gekriegt. Nicht nur, weil sie siebenmal gespielt wird, sondern weil sie halt auch, ich sag mal, das Abenteuer hier erlebt, ständig dem Tod irgendwie erdrinnen zu müssen. Aber die Glenn Close, wenn man die sieht, die nimmt halt irgendwie alles ein. Ich finde die klasse. Und die ist halt schauspielerisch hier tatsächlich so mit das Geilste, was du hier sehen kannst. Ja, es sind dann halt viele dumme Entscheidungen anderer Figuren, bei denen ich mich echt frage so, okay, warte mal, jetzt kommt da dieser Trupp von Leuten, kommt da in diese Wohnung rein, erhält einen Rückschlag. Okay, anstatt da nochmal hinzugehen, Stunden später oder irgendwie, sich kurz neu formieren und dann wieder da hinzugehen. Nö, haben die anderen da erstmal eine Chance irgendwie sich zurückzuziehen, genau, durchatmen, planen, schmieden und so weiter. Und ich denke so, hä? Und von diesen Sachen, wenn ich mich gefragt habe, hä, hä, wieso machen die jetzt nicht das? Warum sind einige drin? Und das, leider ist das sehr dumm. Es ist vor allem unglaubwürdig, dass sich die eine oder andere Partei hier sehr gut wehren kann, beziehungsweise wie gut die sich wehren kann, weil es ja hier schließlich eigentlich gegen trainierte, die heißen hier Cap-Agenten, also CAB-Agenten, ja, kämpfen müssen. Das ist total unglaubwürdig, weil, woher? Also woher haben die auf einmal die Möglichkeit, sich nicht nur gegen bewaffnete Agenten zu wehren, sondern halt auch noch im Nahkampf? Das fand ich schwer nachvollziehbar. Weil es im Drehbuch steht und weil es cool aussieht. Das sind die einzigen Gründe. aber das hätte man ja mit einer Kleinigkeit irgendwie erklären können. Also maximal eine von denen, weil die halt den ganzen Tag auf so einen Boxsack einschlägt, einen Eintritt, könnte man noch nachvollziehen. Die macht halt ein bisschen Kampfsport zu Hause. Aber ja, gut. Ich finde den auch schwach. Ich meine, Hänsel und Gretel war ja auch schon nicht cool, also weil auch da der Virkula nicht so wirklich sich entfalten konnte. Und hier merke ich bis auf die Action-Szenen auch seine Handschrift nicht wirklich, falls man ihm eine zuschreiben möchte. Und ja, ist auch so mit der schwächste Film, den er halt in Szene gesetzt hat. Da sind halt Death's No 1 und 2, The Trip, Violent Knight, selbst Kill Bullio. Ja, die sind alle cooler. Ja, den kenne ich auch noch nicht, den Kill Bullio. Aber ansonsten würde ich das so unterstreichen. Sehr schade, habe ich mir mehr von erwartet. Aber, deshalb haben wir den jetzt aber jetzt geschaut, weil den auch keinen groß gejuckt hat. Ich habe noch nie viel von dem erwartet, wirklich. Von dem Film? Von dem Film, ja genau. Deswegen, also ich habe schon nicht so viel erwartet und dann war es halt, war es trotzdem nur so maximal Medium. Schade. Das ist eine kleine Enttäuschung. Aber die war ja nicht allzu teuer. Eben, also hätte es ja auch für 3,99 Euro leihen können. 1 Euro und ja gut, 1 Euro mehr für ein Steel Case. Was auch immer. Dann haben wir noch einen Film nachgeholt, den ich auch natürlich noch nicht kannte. Was? Ja, ich habe diesen Film, der Filmografie von Helge Schneider, habe ich noch nicht gesehen. Ach so. Deswegen musste ich den, ich musste den endlich mal nachholen. Es handelt sich hier um 0-0 Schneider im Wendekreis der Eidechs. Und das ist ja der zweite Teil von, also es gab ja schon 0-0 Schneider, Jagd auf Neil Baxter in den 90ern. Und die Figur gab es glaube ich auch in Texas, tauchte die auf, also so diese 0-0 Schneider Figur. Das ist jetzt der zweite Spielfilm, ist schon aus dem Jahr 2013, das ist schon über 10 Jahre alt. Und ich habe ihn jetzt erst geguckt. Und dann hast du gesagt, ich will den auch gucken, lass mal zusammen drüber sprechen. Deswegen haben wir jetzt noch eine Woche, also eine Podcast-Folge später, das jetzt gemacht. Und ja, möchtest du uns sagen, was da passiert, Peter? Ich muss das wohl sagen. Ja, es ist ein bisschen schwierig bei Helge Schneider Filmen, weil die ja nicht so narrativ, nicht so stark sind. Ja. Es ist schwierig von einer wirklichen Handlung zu sprechen, aber es gibt hier eine Handlung. Okay, ich versuche es, okay? Man möge Gnade walten lassen, wenn ich das nicht schaffe. Aber Helge Schneider spielt hier Kommissar 0-0 Schneider. 0-0 Schneider, eine starke Faust für die Sicherheit unserer Mitbürger. Ach. Ja. Er spielt auch noch ein paar andere Rollen. Ja, richtig. Fängt damit an, dass man ihn im Radio hört, als Kommentator, was ich immer wieder lustig finde, weil es da auch so einen roten Faden gibt, was Gags angeht. Ja. Und der ist relativ erfolgreich. Der hat gut aufgeräumt. Ich weiß gar nicht mehr, wo er spielt. Irgendwo im Ruhrpott, glaube ich, aber es ist von der Landschaft her teilweise so in der Wüste und so. Das ist halt total verrückt. Manchmal auf so einem Schneeberg. Es ist halt geografisch alles da drin. Ja. Es ist eigentlich relativ ruhig in seinem Bezirk, aber dann gibt es eine Reihe von Verbrechen, die es aufzuklären gilt. Ja. Ein Tabakladen wird überfallen. Auf einem Bauernhof ist ein Huhn spurlos verschwunden. Und es gibt sexuelle Übergriffe auf Bürgerinnen. Ja. Und zwar von, also dürfen wir gar nicht sagen, oder? Also von jemandem, der die Eidechse genannt wird. Genau. Das ist ein Verbrecher, der eine starke Handschrift hat. Ja. Die vom Akte-X-Typen, der, wie hieß der nochmal? Der Graue, ich weiß nicht mal, wie der hieß, der die ganze Zeit geraucht hat. Weiß ich mal. Der Krebspatient. Ja, ich weiß nicht mal. Ist auch egal. Auf jeden Fall ein Kettenraucher. Deshalb ist halt auch der Tabakladen überfallen worden. Und der ist halt so Reptilienart in seiner Bewegung. Deshalb wird er die Eidechse genannt. Ja, und weil er vor allem so was spucken kann. Ja, stimmt. Da so eine Masse, so eine Flüssigkeit, irgendwie sowas, so ein Sekret, was er da irgendwie aus dem Mund spucken kann. Es sieht wie unfertiges Omnett aus. Oder Rührei. Ja, muss ich sagen, fand ich aber auch ein bisschen eklig. Ja, und der Kommissar, der Kommissar Nullner-Schneider macht sich natürlich auf dessen Fersen. Nee, das sagt man nicht. Denn übernimmt diesen Fall und versucht die Eidechse denkfest zu machen. Das dauert, das dauert. Entschuldigung, nein, das ist gut jetzt. Ich habe wenig Zeit. Nein, ich jage einen Verbrecher. Ja, genau. Das ist die Handlung. Es spielt viel in diesem Polizeirevier. Genau. Oder der Käpt'n ist und so und noch so ein paar andere Leute, die alle auch irgendwie Englisch sprechen oder auch andere Sprachen. Was sind da noch so? Italienisch, ne? Er spricht irgendwie jeder in seiner Landessprache und das ist glaube ich auch so ein bisschen Verarschung von diesen Polizieskos oder wie die heißen in den italienischen Polizeifilmen. Das ist die Handlung und es ist alles sehr typisch Helge Schneider. Ja, weil alles sehr durcheinander ist. Ich finde das das Geilste überhaupt, dass dieser eine Typ hier, Tyree Glenn Junior, der soll die Tante spielen. Ja, die Tante Tyree. Genau. Merkwürdig, ich habe doch gar keine Tante. Das finde ich tatsächlich den geilsten Einfall. Und die sorgt hier auf jeden Fall oder eher besser gesagt für ein, zwei sehr amüsante Momente. Allein schon wie er, schrägstrich sie, sich vorstellt. Ja, und er fragt sich so, hatte ich eine Tante? Ich weiß gar nicht, dass ich eine Tante hatte. Ach ja Gott, ach die Tante Tyree. Ja, es ist halt so typisch Helge Schneider, was den Humor angeht. Es kommen auch, also dieser eine Arzt aus Jazz Club ist auch wieder dabei. Jazz, Jazz, Jazz. Ja, es kommen Sachen auch mal an Jazz. Weißt du, was ich meine? Hier kicken, gucken, gucken. Ja, ja, ja. Der kommt ja auch wieder drin vor. Der ist zwei Meter, zwei Mark. Ja. Ist auch wieder am Start. Also er hat hier so ein paar Sachen, ja, recycelt, könnte man sagen, wenn man böse ist. Ein Revival. Wiederverwendet. Oder er hat einen Running Gag draus gemacht. Es finden sich so ein paar Versatzteile wieder, die wir schon aus anderen Filmen von ihm kennen. Mhm. Was mir total krass aufgefallen ist, ist, dass der zum ersten Mal richtig nach einem Film aussieht. Okay, ist ja auch ein paar Jahre später. Also 20 Jahre zwischen. Ja, aber so die, also so Praxis Dr. Hasenbein und so, das sieht halt alles aus wie, weiß ich nicht, ne, wie so ein paar Kumpels irgendwie nebenbei auf Video gedreht. Ja gut, aber ich meine, wenn du dir ein paar Szenen anschaust, also auch im Polizeirevier, das ist schon sehr spartanisch, was ja, oder auch im Tabakladen, aber gut. Ich meine von der Inszenierung, ich meine von der Kameraführung her. Okay. Ich meine von der Ausleuchtung her, also der wirkt eher wie ein Film. Der sieht viel professioneller aus, als die anderen Filme davor. Da habe ich, erst mal bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Ich habe eigentlich wieder so diesen, ja, ja, ich habe schon wieder so diesen visuellen Dadaismus quasi erwartet und den dann nicht so wirklich bekommen. Natürlich so von den Figuren und von dem wahllosen Quatsch, der da folgt, ist es natürlich auch halt Helge, ne, aber hat mich verwundert. Aber ansonsten natürlich auch wieder Mucke, natürlich hervorragend. So ein cooler Helge Schneider Jazz und so weiter und hat dann wieder seine Musikerfreunde hier mitspielen lassen. Ja, aber er bietet halt nicht so viel Neues irgendwie. Ich finde Rocco Schamoni als Jean-Claude Pillemann ist halt auch witzig und ich finde so Praxis Dr. Hasenbein eigentlich geiler. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, weil der halt durchgedreht hat. Der hier gefällt mir auch gut im Wendekreis der Eidechse und ich habe natürlich gelacht. Und ich fand so diese Szenen, also immer wenn er mit seinen Kollegen da labert, ob das jetzt im Polizeirevier oder im Auto ist oder wenn die irgendwo sind, wenn die da zu dem, zu diesem Bauernhof kommen zum Beispiel, wo man eindeutig sieht, dass das irgendwie nicht gleichzeitig gedreht wurde. Weißt du, so Schuss und Gegenschuss wirken wirklich, als hätten die das an zwei verschiedenen Tagen einfach an komplett verschiedenen Orten gedreht. Das finde ich alles lustig. Und natürlich den Endkampf in Zeitlupe. Also großartige Bullet Time, Matrix-mäßig. Das ist natürlich schön. Ja, aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht mein liebster Helge-Schneider-Film. Also es ist ja der einzige 00-Schneider, den ich kenne. Ich hätte ja eigentlich auch in der richtigen Reihenfolge anfangen sollen. Aber egal, weil ich auch und letztlich ist ja mein zweiter Film von ihm, mit ihm und ich komme tatsächlich immer mehr auf den Geschmack. Aha, das freut mich. Vor allem auch seinen Humor. Und ja, es ist mir abgedreht genug, sagen wir es mal so. Ich finde es dann auch herrlich, der Arztbesuch, das ist vielleicht nichts von den Sketchen her, was man nicht irgendwie in anderer Form schon mal irgendwo gesehen hat. Aber ich finde dadurch, dass er dann selber immer wieder in diese Rollen reinschlüpft und so viel von sich selbst dann mit einbringt, finde ich das halt einfach cool. Vor allem halt er hier mit seinem Trenchcoat, mit seiner Sonnenbrille. Der behaftet ja auch die ganze Zeit und gibt halt fast schon so einen klassischen, aber dann letztlich doch Anti-Kommissar ab, weil er selbst auch so verpeilt ist. So ein bisschen Columbo-mäßig, so in der Richtung. Ja, der Vergleich ist gut. Ja, nur halt viel witziger. Also nicht viel witziger, aber schon, er ist ja auch deutlich witziger angelehnt. Und wenn ich dann so Sachen wie Make My Day Motherfucker von ihm höre, dann denke ich auch so, ja, cool, hast du bei Dirty Harry mal geklaut. Gerade in der Szene macht er ja so ein bisschen auf harter Dirty Harry. Auf harter Harry. Auf harter, dreckiger Harry. Und dann immer wieder so coole Einfälle wie das hier mit dem Staubsauger-Vertreter und solche Sachen. Also, ich hab da wirklich Spaß dran. Ne, es ist für mich immer noch so, dass so das Musikalische, was er auch hier mit einbringt, da kann ich nur so ein bisschen mit den Achseln schultern, das fügt sich irgendwie schon organisch ein. Aber es ist jetzt nichts, was mich bewegen würde, mehr von ihm zu sehen oder zu hören, aber seine Art und Weise, die Art, wie er dann auch den Witz, sag ich mal, rüberbringt, das ist das, was mich auf jeden Fall dazu bringen wird, mir auch noch ein paar andere Freunde, oder halt, so viele waren es jetzt ja letztlich nicht, sechs, sieben Stück, glaube ich, so in der Richtung. Johnny Flash, ne, Texas, Praxis Dr. Hasenbein, 00 Schneider jagt auf Neil Baxter und der hier. Ja, ja gut, also das kann ich, glaube ich, zu Lebzeiten noch, alles abarbeiten und mir dann letztlich ein Fazit ziehen, um da was auszumachen, was ich als seinen Stärksten empfinde. Ich würde sagen, was hatten wir besprochen schon? Jazz Club. Stimmt. Ich würde Jazz Club, glaube ich, immer noch da auf der Eins sehen, also dem jetzt hier vorziehen. Ja, ich bin mal gespannt, was du zu den anderen sagen würdest, weil ich finde, Null Schneider jagt auf Neil Baxter ist sehr stark und ich glaube, mein persönlicher Favorit ist einfach Praxis Dr. Hasenbein. Werde ich irgendwann von auch berichten können. Okay, ja, ich glaube, ich habe den einen oder anderen, glaube ich, auch schon mal so besprochen. Okay. Bin gespannt, was du zu den anderen sagen wirst. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du zu Blood Creek sagst. Ja, ich sage erst mal ganz kurz, das war ein Verlegenheitswatch, sagen wir es mal so, den ich tatsächlich nur getätigt habe, weil ich nicht genau wusste, was ich zu den Bewegtbildbahnen aus in der letzten Woche mitbringen, nee, diese Woche mitbringen sollte. Ja, seit Dienstag könnt ihr die Episode hören, in der wir zu Gast sind, zu Gast sind, endlich mal wieder. Und das war ein sehr spaßiger Abend. Dreh, wollte ich schon sagen. Ja, sehr spaßige Aufnahmen auf jeden Fall. Ja, und ich kann versprechen und glücklicherweise davon berichten, dass ich dort den deutlich besseren Film besprochen habe. Also, es war eine sehr gute Entscheidung, dass ich da dann letztlich auch noch einen anderen Film mitgenommen habe, weil Blood Creek, den ich jetzt hier nur ganz kurz anreißen möchte, das war jetzt nicht so der Brenner. und da reißt dann hier vielleicht auch wieder eine Wunde bei dir auf, denn ich habe wohl bei Falling Down Joel Schumacher als Regisseur betitelt mit keinem guten Film außer Falling Down. Das ist vielleicht nicht ganz so korrekt, aber mit Blood Creek hat er auf jeden Fall keinen guten hinzugefügt. Als Lustiger fand ich nur, dass du halt immer betonst, was du für ein Fan von The Lost Boys bist. Achso, ja. Und dann sagst du, Joel Schumacher, Falling Down ist ja auch so ziemlich der einzige Film, der gut ist von ihm. Und ich finde, er hat noch so ein paar andere gemacht, die zumindest nicht schlecht sind, so 8mm und Phone Booth und so, die kann man sich schon mal gut angucken. Definitiv. Überhand nehmen, glaube ich, eher düftigere Beiträge und so gesellt sich Blood Creek dazu. Was mich hier animiert hat, den Film zu schauen, war gar nicht Joel Schumacher, das habe ich erst im Nachhinein gesehen, sondern allgemein, der wurde hier und da auch so als kleiner Geheimtipp gewertet, was so Horror aus den 2000ern angeht. Aber, was mich halt wirklich in helle Aufregung versetzt hat, war der Cast. Ein junger Henry Cavill, ein schon irgendwie gefühlt immer gleich geblieben alter Dominic Purcell und ein weniger auftauchender, zumindest erkennbar auftauchender Michael Fassbender und Shaya Wiggum in einer nicht unwichtigen Rolle haben es mir dann irgendwie doch leicht gemacht, denen dann doch mal eine Chance zu geben. Es ist ein Horrorfilm und ich würde sagen, keiner, der bis jetzt genannt, ja gut, der Shaya Wiggum vielleicht, den könnte man so in die Ecke packen, aber so der Rest ist eher, denke ich mal, in anderen Genres anzufinden. Also Henry Cavill hat schon mal in einem Hellraiser-Film mitgespielt. Ach, welcher war das? Das war der 8. Das war der Hellworld. Das ist im Haus mit dem Videospiel, ja, Hellworld. Okay, der war auch irgendwie richtig. Dominic Purcell hat Dracula gespielt in Blade 3. Okay, in welchem Horrorfilm hat Michael Fassbender mitgespielt, um mich komplett zu widerlegen. Ach, das sind ja nur so einzelne Rollen. Richtig. Würde man Prometheus als Horrorfilm sehen? Science-Fiction? Nee. Also Alien von mir aus, aber Prometheus, nee. Ja gut, dann Alien Covenant hat er mitgespielt. Ja stimmt, gleiche Rolle, ne? Ja, aber wir würden sie trotzdem, glaube ich, alle eher ins Action- und Thriller-Genre, wobei Fassbender vielleicht sogar auch ins Drama packen, weil der hat ja auch schauspielerisches Talent, was ich bei den anderen eher schwierig zu finden, sehe. Ja, Dominic Purcell ist kein Charakterdarsteller, auf gar keinen Fall. Der war eigentlich nur cool als großer Bruder im Prison Break, wo der halt, da war ja halt auch so der stille, stumpfe Hau-drauf-Typ, es war okay. Und das Lustige ist, der spielte ja an der Seite von Henry Cavill und der Henry Cavill wirkt so ein bisschen wie sein Bruder aus Prison Break, hier Wentworth Miller. Also von der Optik her und auch so ein bisschen von der Dynamik, weil der Dominic Purcell übernimmt hier auf jeden Fall schon in gewisser Form den Lied. Er ist der ältere Bruder, der eine Rechnung offen hat und seinen Bruder so ein bisschen mit reinzieht. Und so begeben die sich dann auf, ja, auf einen Rache-Fahrt, weil er wurde einst von irgendwelchen komischen Hillbillis, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, festgehalten und gefoltert. Ja, und sind jetzt auf Rache. So, das ist jetzt auch schon fast alles, was ich zu dieser Geschichte erzählen möchte, bis auf vielleicht noch den Hintergrund, der in einem Prolog halt kurz angerissen wird. Dort geht es um Nazi-Vergangenheit und das kommt dann hier auch noch mit ins Spiel. Das heißt, so ein bisschen Nazi-Bewältigung, auch was die Symbolik angeht. Das Cover wird von einem fetten, letztlich Skinhead-Kopf geziert mit einem Hakenkreuz drauf. Und dann letztlich hat halt auch unser Antagonist, kommt dann halt auch in NS-Kluft daher und damit hat man dann natürlich auch einen gut gewählten Bösewicht, sag ich jetzt mal. Also, bei dem man halt sagen kann so, ja, darin kumuliert jetzt wirklich alles Böse dieser Welt. Also, in Anführungsstrichen. Also, macht auf jeden Fall einen plausiblen Antagonisten, der allerdings scheiße aussieht. Also, ich weiß nicht, womit ich das beschreiben kann. Hellraiser ist ja eben bei Henry Cavill schon gefallen. Hat man sich vielleicht so ein bisschen so in die Richtung angelehnt, was so das Höllenszenario angeht. Also, jetzt optisch, weil verbrannten Narben, und so, zieren halt dann letztlich das Gesicht unseres Antagonisten, ohne da jetzt so viel zu verraten. Gut, ich meine, letztlich empfehle ich den Film nicht, deshalb ist auch die Frage, wer das hier dann, ne, wer sich den dann trotzdem anschaut. Weil der, weiß ich, das ist, glaube ich, der einzige Horrorfilm, den, nee, stimmt gar nicht. Lost Boys, haben wir eben schon gesagt. Wobei, er hat ja so auch Thriller-Erfahrung, was man hier gar nicht sieht. Also, der Film ist so so ein bisschen gefühlt Texas in dunkel, düster, mit NS-Symbolik. Texas, Doc Snyder hält die Welt in Achtung? Nee, Texas Chainsaw Massacre. Ach so. Weil wir uns hier wirklich 90 Prozent der Zeit auf dieser Farm befinden. Also, es ist halt auch ein sehr limitiertes Setting, das wir haben. Also, wir kommen tatsächlich von dieser Farm nicht runter. Die Farm ist halt unser Setting komplett. Und das halt über, ich glaube, der geht, oh, der geht etwas unter 90 Minuten, gibt das aber nicht viel her. Auch das alles, was dann eventuell dann auch geschichtlich mit einfließt und so, das ist einfach völlig uninteressant. Ja, und so haben wir dann irgendwie so einen komischen Horror-Action-Drama-Mischmasch, der mich eigentlich nur genervt hat. Okkultismus ist dann letztlich natürlich dann auch noch so ein bisschen Thema. Es geht um Runen und vielleicht dann auch irgendwie dadurch, dass dann der eine Kriegsveteran ist, mit Trauma-Bewältigung und so. Das sind alles so Themen, die er irgendwie versucht, damit so reinfließen zu lassen, was aber letztlich irgendwie in keiner Weise wirklich eine Bedeutung hat, weil es letztlich wirklich nur darum geht, so ein Nazi-Dämon oder was auch immer, der halt mächtig Dreck am Stecken hat, weil letztlich halt ein Mensch dahinter steht, halt in gewisser Form zur Strecke zu bringen. Das war nicht besonders einfallsreich, was hier geliefert wurde. Aber wir haben noch ein Zombie-Pferd. Ok, das klingt schon wieder cool. Ja, aber das sah scheiße aus, weil, also man merkt das halt allein schon am Setting. Der hat anscheinend nicht wirklich viel Geld dafür gehabt. Das war auch eine Direct-to-DVD-Geschichte. Da hat, fand ich, Number 23, der eigentlich auch schon nicht geil aussah, deutlich mehr Value, was die Inszenierung angeht. Aber das Drehbuch gibt halt gar nichts her. Und was ich ursprünglich als Horror-Geheimtipp in gewisser Form gefunden habe. Wer hat den denn als Geheimtipp bezeichnet? Ja, habe ich auf irgendeiner Webseite gefunden, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich wollte halt irgendwas mitbringen, was ich noch nicht kannte, weil ursprünglich, das hatte ich auch vergessen bei den Bewegtbildbahnen zu erzählen, ursprünglich wollte ich der Fuhrmann des Todes mitbringen, weil den Guest mir mal in einer der ersten Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben, empfohlen hat. Das Problem war nur, das ist mir dann auch erst zwei Tage vorher aufgefallen, als er dann mit der Liste in der Gruppe ankam. Wir konnten ja nichts besprechen, was die schon besprochen haben. Und deshalb konnte ich den halt nicht mitbringen. Und deshalb wollte ich halt dann auch irgendeinen Horrorfilm mitbringen, den halt nicht jeder kennt und der dann eventuell auch brauchbar ist. Und dann dachte ich halt, weil der hier und da halt genannt wurde, dass der brauchbar ist und dann, weil der halt dann auch neben anderen coolen Filmen stand. Aber glaubst du denn alles, was im Internet steht, weil du sagst, das war irgendeine Seite, irgendwo habe ich das von irgendjemandem gelesen und dann sagst du, okay, dann zieh ich mir den rein. Das ist ein Anhaltspunkt, weil wie gesagt, wenn der mit anderen Größen genannt wird, die ich selber dann halt feiere. Ja, aber es ist nicht wichtig, wer das sagt. Aber deswegen hören ja auch Leute uns, weil wir natürlich unfassbare Expertise an den Tag legen. Total. Ja, weil sie es von uns hören möchten. Don't be modest. Weil sie vielleicht einen ähnlichen Geschmack haben oder so. Ich meine, man hat ja auch immer so seine Filmjournalisten oder Filmkanäle, die man verfolgt, eben weil man Wert auf deren Meinung legt. Ich weiß nicht, ich habe heute zum Beispiel so einen Beitrag gesehen, also so ein Thumbnail. Und ich sage, ich will jetzt auch, es ist kein Kollegen-Bashing. Ja, so. Der Kollege, der macht das halt häufiger, dass er immer sagt, danach siehst du XY mit anderen Augen. Ach so, ja, okay. Ja, also es weiß jetzt auch jeder, welcher Kanal das ist, aber es geht mir auch, also Leute, die es wissen. Ich nicht. Es geht mir nicht darum, den Kanal zu bashen, es ist nur so, dann, ey, das war ein relativ neuer Beitrag davon, danach wirst du das Schweigen der Lämmer mit anderen Augen sehen. Ja. Und dann ist da halt ein Bild von Hannibal Lecter und dann steht da Meisterwerk im Thumbnail. Und dann hätte ich mir auch so, ja, also muss man jetzt 30 Jahre nach das Schweigen der Lämmer erklären, dass das ein Meisterwerk ist. Ich meine, der Film hat vier Oscars bekommen in den wichtigsten Kategorien, war ein Riesenhit damals. Es wurden andere Geschichten noch darum verfilmt, der gilt seit Ewigkeiten als moderner Klassiker, könnte man sagen. Der ist sowohl bei Horrorfans als auch bei Krimi-Fans total beliebt. Wie soll ich den Film jetzt mit anderen Augen sehen, also soll ich auf einmal sehen, dass er kein Meisterwerk mehr ist oder was? Also ich habe mir den Beitrag nicht angeguckt, aber wollte ich nur sagen, weil das zum Beispiel ziehe ich mir dann gar nicht erst rein. Wenn irgendein Kanal, wo ich weiß, ich bin nicht die Zielgruppe, mir sagt, ja hier, der Film XY oder so, dann ist mir das auch relativ Wumpe. Also dann höre ich doch lieber Film fressen. Ja okay, dann empfiehle mir doch mal was. Was kann ich denn für einen cool Horrorfilm, den ich... Immaculate. Ja toll. Kannst du bald im Kino sehen. Ja, den könnte ich auch mitbringen zu den Bewegtbild-Benausen, aber ist ja blöd, du hast den ja schon besprochen. Wir waren doch auch schon bei den Bewegtbild-Benausen. Ja, aber wir werden doch irgendwann nochmal da sein und ich muss mir jetzt schon Gedanken machen, was ich da mitbringe. Was für einen Stress, was für einen Druck setzt du dich denn da? Nee, ich finde das schon wichtig, dass man auch was... Bei den Bewegtbild-Benausen zu sein, natürlich ist es wichtig. Das ist vor allem spaßig, aber ich meine, sich jetzt Gedanken zu machen, was wir eventuell in ein paar Monaten oder wann auch immer wieder die nächste Folge mit denen aufnehmen, das ist ja krass. Okay, das war auch etwas übertrieben von mir formuliert. Na, ich nehme dich aber ernst und deswegen nehme ich jedes Wort wörtlich. Das war schon immer dein größter Fehler und das ist auch mein größter Fehler, aber wen wir wirklich zu Recht immer ernst nehmen, sind unsere Patrons. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also was hast du hier? Blood Creek 9 von 10 oder was? Ach jetzt nur wegen des BBB-Kontextes soll ich hier Punkte geben? Nee, also auf jeden Fall empfiehlst du den nicht, der ist nicht cool. Nee, der ist leider nicht cool, auch wenn der Cast das irgendwie so ein bisschen mir suggeriert hat. Okay, gut. Dann ist es Zeit für den Patreon-Pick von... Till. Der Till. Der Till. Hat sich einen Hammer-Film mal wieder gewünscht. Richtig! Und zwar einen Film aus den Hammer Studios. Korrekt damit. Der Film ist aus... Also der ist 72, wurde der fertig gedreht, aber der kam erst 74 raus. Dazu kann, muss, sollte man vielleicht wissen, dass die Hammer Studios da schon so auf dem absteigenden Ast waren. Weil so diese ganzen... Ja, diese Gothic Horror oder so diese Horror-Filme in dem Hammer-Stil waren nicht mehr so angesagt. Es ging schon jetzt in Richtung hier Texas Chainsaw Massacre 74 und so weiter. Es waren eher so andere Sachen angesagt, die so ein bisschen expliziter waren, ein bisschen Exploitation, mehr Blut, mehr Schrecken, mehr Terror, Exorzist und so. Und das merkt man dem Film an, der da heißt Frankensteins Höllenmonster beziehungsweise Frankenstein and the Monster from Hell. Also hab ich schon gesagt, 74 kam der raus und man merkt halt so, dass die auch nicht mehr so... Die haben nicht mehr in den üblichen Studios gedreht. Die haben andere Sets genommen. Die hatten nicht so viel Kohle. Ja. Das merkt man dem Film leider an, denn es spielt hier alles in so einer Nervenheilanstalt. Also der Hauptteil der Handlung findet da statt. Es gibt so ein paar Außenaufnahmen dieser Nervenheilanstalt und das sieht so aus, als hätte, weiß ich nicht, jemand in der siebten Klasse ein Diorama gebastelt. Das ist halt eine Miniatur und das ist auch extrem als solche zu erkennen. Naja, da hat man nicht so viel Geld investiert. Aber es geht um den Simon Helder, gespielt hier von Shane Bryant, der ist quasi auf den Spuren von Viktor Frankenstein, denn er versucht irgendwie mit Leichen und Leichenteilen sich ein Frankenstein getümen, ungetümen zusammenzubauen. Ein Monster. Ein Höllenmonster, wie der Titel schon suggeriert. Er möchte sich einen Höllenmonster zusammenbasteln. Da kommt ihm aber dann die Polizei auf die Schliche und sagt, halt, stopp, so geht es nun nicht. Du kommst jetzt mal mit ins Gefängnis. nicht überlob gehen. Genau, er zieht keine 1000 Euro ein oder 1000 Pfund in dem Fall. Also was heißt Gefängnis? Er landet dann letztlich in einer Nervenheilanstalt, weil er als verrückt gilt. Ja, der wird vor allem wegen Ketzerei ja verurteilt. Genau, stimmt, weil er hier so schwarze Magie betreibt. Keine Ahnung. Er hat keine Gottesfurcht und dann gehört er zu den Irren. So ist es. Ja, dann kommt er da hin und trifft dann auf den totgeglaubten Viktor Frankenstein. Baron Viktor Frankenstein. Hier natürlich vom großartigen Peter Cushing dargestellt und da merkt man auch schon, sobald er dann auf den Plan tritt. Ja, also das wertet auch wirklich jeden Film auf, wenn er dann da ist mit seiner Präsenz, mit seiner unvergleichlichen Art. Das ist schon schön. Naja, auf jeden Fall macht der Baron Frankenstein, er macht den Simon dann zu seinem Assistenten und er hat da quasi schon so ein Sasquatch gebaut, also ein neues Frankenstein-Monster, das hier ja eher so wie ein Affe aussieht. Ja, sieht aus wie ein Menschenaffe. Wird übrigens gespielt von, wie heißt der Typ, der Darth Vader gemacht hat? David Prowse. David Prowse, genau, stimmt. Das fand ich interessant. Ja, und dann haben die noch so, die haben noch eine Assistentin, die stumme Sarah. Was denn? Schöne Alliteration, ne? Ja, weißt du so. Ja, dann geht es halt darum, dass die da an dem Viech rumdoktoren. Bitte! Und das ist so im Prinzip die Handlung, also dass die da einfach also durch diese, durch die Nervenklinik da gehen und dann halt so diese Teile zusammensuchen. Genau. Weil es ist ja wichtig, ein ordentliches Gehirn zu haben, da muss er aber natürlich auch stark sein, da muss er gewisse Eigenschaften halt haben. Kreative Hände, weiß ich nicht was. Und das ist manchmal auch so ein bisschen lustig. Also der Film ist ein bisschen humorvoll, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Ich finde, dazu trägt am ehesten noch der Direktor dieser Nervenheilanstalt dazu bei. Der aber manchmal ein bisschen in die Flasche guckt, ne? Boah, ganz ehrlich, das ist aber auch eine Gesichtskirmes. Also was der da für Entgleisungen seiner Mimik hat, das ist herrlich. Also es fängt halt damit an und das muss ich sagen, ist halt auch schon, das gibt dann auch letztlich den Ton an. Gut, wir haben vorher noch so ein bisschen, wenn er erwischt wird, dass er dann den, so ein Polizeitypen mit irgendwas bewirft und er fällt dann in eine Grube und solche Geschichten, so ein bisschen Slapstick. Aber wenn er auf diesen Direktor trifft, dann komme ich nicht mehr aus dem Schmunzeln, weil die Sache ist halt, er selber ist so überzeugend, also er ist eigentlich Insasse und beharrt dann darauf, dass er den Direktor sprechen müsste. Und der weiß halt nicht, dass das ein Insasse ist und hört halt nur, dass er ein Arzt ist und dann so, ach, wieso, wieso weiß ich denn nichts davon und wieso und geht es um mich oder geht es um, weiß ich nicht. Und wie er dann darauf reagiert, wenn er dann halt merkt, dass das doch ein Insass ist, ist herrlich. Jede Szene mit ihm ist einfach Gold wert. Ich fand den großartig. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ja, die Szene liebe ich auch, die ist wirklich sehr lustig. Aber ich meine auch so, wenn die da rum durch diese Zellen gehen und der Frankenstein ihm dann so erzählt von den einzelnen Insassen, von den einzelnen Patienten, das ist irgendwie auch eigentlich ganz lustig. Und wenn der eine Typ, der sich da für Gott hält und so, das ist halt auch, der hält sich für Gott und der Frankenstein spricht ihn dann auch mit Gott an. Und ich glaube, das sollte man nicht tun. Also man sollte diese Psychosen nicht unterstützen. Man kennt ja Leute, die in der Psychiatrie gearbeitet haben. Und ich habe zumindest gehört, ich weiß nicht, wie man es heute macht, ob das noch wirklich Stand der Dinge ist, aber man sollte diese Psychosen nicht unterstützen und denen Glauben schenken quasi. Also so, weil dann fühlen die sich halt bestätigt und das ist nicht gut. Also das ist kontraproduktiv. Man sollte immer Elektroschock-Therapie machen. Genau, auf jeden Fall. Und ordentlich zuhauen. Finde ich gut. Mit einem Knüppel, ja. Aber, was ich finde, was den Film, nee, das macht er nicht besonders, aber er ist der erste, glaube ich, der ist auch so explizit ausformuliert. Ne, weil letztlich geht es um Ketzerei, weil man ja Tote zum Leben erweckt, beziehungsweise man möchte ja sozusagen den Tod überwinden. Und so wird dann letztlich auch das Gehirn von einem gebildeten Kollegen verpflanzt und dann geht es tatsächlich um den Kampf zwischen Körper und Gehirn. Wer davon die Dominanz übernimmt und das ist ja dann letztlich auch das, was dann das Monster zu Monster macht. Ja, Spoiler an der Stelle. Ja? Ach nein, den ganzen Inhalt, es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Aber gut, letztlich erzählt er auch nicht mehr als die klassische Frankenstein-Geschichte samt Ende. Aber kommt dann etwas exploitativer rüber, weil auch hier die Operationen im Vordergrund stehen. Man sieht hier und da mal, wie ein Gehirn entfernt wird, also alleine wie Körper aufgeschnitten werden, wie Extremitäten amputiert werden, irgendwo wieder drangenäht werden, wo eine Schädeldecke mal abgenommen wird, ein Gehirn extrahiert wird und umgepflanzt wird und so. Das ist ja Hammer-Untypisch. Der ging da schon so ein bisschen in die Richtung der moderneren Horrorfilme, also der ist ja blutiger als die meisten anderen. Wir haben noch gar nicht gesagt, dass Regisseur Terrence Fischer den in Szene gesetzt hat, der quasi der Haus- und Hof-Regisseur der bekanntesten Hammer-Filme ist, also Dracula und die anderen Frankenstein-Filme ja auch schon Regie geführt. Und das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, dann auch der letzte Hammer-Frankenstein-Film gewesen, ne? Müsste er gewesen sein. Ja, ich meine, es ist auch sein letzter Film überhaupt gewesen. Von Terrence Fischer. Genau. Das kann sein, das weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert. Macht ja nichts. Aber kommt hin. Ja, sechs Jahre später ist er gestorben, der arme Mann. Aber hat uns ein paar coole Filme hinterlassen. Ja, Klassiker, Frankenstein schuf ein Vibe und sowas. Ja. Dracula, Blut für Dracula, so diese ganzen Sachen. Ja, und ich muss letztlich sagen, ich fand den auch nicht so schlecht, wie er vielleicht ist. Also den Frankensteins-Höllen-Monster. Ich finde den nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Der ist jetzt vielleicht kein Knaller vor dem Herrn, aber ich mag ja solche alten Filme. Da bin ich auf deiner Seite. Da sage ich auch so. Das ist ein kurzweiliger Frankenstein-Film. Sind wir schon zu zweit. Aber es ist tatsächlich für mich dann auch letztlich der Humor, der das aufwertet. Und natürlich... Peter Cushing. Ja gut, Peter Cushing sowieso. Natürlich, ohne den wäre das ganze Ding schon viel weniger wert. Aber ja, dann auch letztlich, ich sage jetzt mal, der Gore, also das Exploitative. Und John Stratton, der halt hier den Direktor spielt. Ja, war jetzt der Zweite in relativ kurzer Zeit aus den Hammer Studios. Ja. Wir hatten ja den Taste of Fear. Richtig. Aber ist natürlich auch eine schon andere Richtung. Ja, kann man jetzt auch nicht vergleichen, aber Taste of Fear war für mich tatsächlich sowas komplett Neues, was ich so aus den Hammer Studios noch nicht so in Gänze kannte. Auch wenn der jetzt hier nicht komplett Hammer-klassig ist, gesellt sich das qualitativ, glaube ich, schon eher zu dem Gesamteindruck, den Hammer so hinterlässt. Ja, der hat seine Reize. Also er hat immer noch so ein bisschen diese Hammer-Atmosphäre. Also nicht so wirklich, aber ich finde es nicht schlimm, dass der ein bisschen expliziter ist und dass der auch blutiger ist. Ne, ich finde das sogar schön. Ja, das freut mich natürlich. Atmosphäre, ja. Vielleicht ein bisschen dadurch, dass das halt in so einer Psychiatrie spielt und dass alles da auch so ein bisschen räumlich beengt ist irgendwie und die da nicht rauskommen. Kommt schon so ein bisschen klaustrophobische Stimmung auf. Ja, ist vielleicht nicht der Beste, aber ich empfehle den trotzdem. Mir hat der gefallen. Ich finde den cool, kannte den vorher auch noch nicht. Ich habe nicht so viel gesehen, tatsächlich, von diesen klassischen Filmen. Aber wie wir letztens festgestellt haben, bei Taste of Fear beziehungsweise ein Toder spielt Klavier, habe ich wohl doch Filme gesehen, ohne mir bewusst zu sein, dass das Hammer Studios und so weiter ist. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Danke für den Patreon-Pick. Das hat Spaß gemacht, den zu gucken und hat Spaß gemacht, den zu besprechen. Ja, und es war letztlich, glaube ich, nicht der Letzte, der im Pott ist und nach dem, was du vor allem gerade eben gesagt hast, wird es auf jeden Fall auch nicht der Letzte sein, der darin landet. Davon ist auszugehen. Aber gut, das passt schon. Trifft unseren Geschmack ja auch in gewisser Form. Von daher, danke in Tills Richtung. Genau, und wir hoffen, dass wir wieder euren Geschmack getroffen haben, hier bei Cinephil, unserem Podcast des Filmkanals Filmfressen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne über ein Patreon-Abo tun. Und zuletzt hat sich jemand bei uns gemeldet, eine Dame. Wir haben jetzt, glaube ich, jetzt fünf, sechs Damen, die uns lauschen und unsere Videos gucken. Update. Die niedrige Prozentzahl, die kommt von YouTube. Wir haben aber auch noch die Hälfte unserer HörerInnen woanders. Und dort haben wir knapp oder sogar einen Ticken über zehn Prozent weibliche ZuhörerInnen. Wer war Spotify oder was? Das ist krass, oder? Wow. Ja. Okay, okay. Ja, klar. Ich meine, die Sabine haben wir letztens vergessen, Tino Riel natürlich und natürlich noch ein paar andere. Jetzt gesellte sich noch eine Dame hinzu und die hat gefragt, wie kann man uns denn unterstützen, ohne jetzt extra ein Abo abschließen zu müssen. Da war er gesagt, ihr könnt uns natürlich auch über PayPal unterstützen, wenn ihr sagt irgendwie, hey, finde ich cool, ich habe noch ein paar Mark 50 übrig. Die überweise ich euch. Sehr gerne. Kontaktdaten stehen ja unten in der Videobeschreibung oder wenn ihr es auf Spotify hört, kontakt.filmfressen.de. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung, aber hauptsächlich, dass ihr das hört, dass ihr die Videos guckt, die wir aufnehmen, in die wir auch viel Zeit investieren und Energie. Wie gesagt, zuletzt haben wir über Ghostbusters gesprochen, das Ghostbusters Special. Demnächst kommt ein Terrence Hill und Bud Spencer Special und wir haben acht ganz wunderbare Sachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall in alle möglichen Richtungen, verabschiede mich bis nächste Woche, bis zum nächsten. Ja, ich bedanke mich auch, nicht nur bei dir, sondern vor allem auch bei der jungen Dame, die uns so großzügig unterstützt hat. Tausend Dank in ihre Richtung. Ansonsten, ich kann gar nicht groß was ankündigen, weil ich nicht weiß, was am Sonntag kommt. Das ist nicht nur für euch eine Überraschung, sondern auch für uns eine kleine Überraschung und ich möchte hier nichts Falsches versprechen. Das Einzige, was ich versprechen kann, dass wir am Sonntag ein Video bringen und nächsten Donnerstag, Streckstrich Freitag, wird es natürlich wieder eine fantastische Folgeszene 4 geben und darauf werden wir am Sonntag natürlich wieder ein Review machen und ich glaube, ja, es gab auch wieder für unsere Patrons ein kleines Filmsammlungsupdate von mir und in diesem Sinne bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als ich hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabschiede uns alle bis zur nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal.